Herzlich Willkommen bei den Berggesprächen. Wir sind heute in den wunderbaren Tiroler Bergen in Imst und die Imster sind zu Recht stolz auf ihre berühmte Tochter. Sie ist mehrfache Weltmeisterin, Weltcup-Siegerin, hat vieles, vieles gewonnen, was es in der Kletterszene zu gewinnen gibt. Es ist die Sportkletterin Angie Eiter. Wenn du in die albinen Kulissen schaust, dann weißt du auch, warum ich den Wettkampfspot seinen Nagel kennengelernt habe. Suche Fähigkeiten, was verkörpert sie und dann lebt sie es aus und dann macht sie es auch gut. Ich komme die Klinge. Ich komme wie gerade diese Klingens zum Schäufe.